Hey Leute, Exident Crew ist am Start, immer noch in Liverpool. Wir dachten uns, wir machen einfach mal ein Faktenvideo. Wer sind wir? Exident Crew. Wir sind Exident Crew. Was ist Exident Crew? Warum Exident Crew tat ihr in der Zeit? Also, es war eines Tages in der Linie 1 Richtung Köln mit dem Marc zusammen. Und wir haben uns gefragt, wie könnten wir unsere Crew nennen. Und da wir immer viele Verletzungen hatten, haben wir uns dann gefragt, ey, was heißt eigentlich Unfall auf Englisch? Da sagt der Marc, Exident Crew. Und ich dann so, ja, cool, dann nennen wir uns Exident Crew. Aber wir schreiben es mit 2x, weil Doppel C sieht scheiße aus. Ja, ein paar Fakten über die Crew an sich. Wir haben uns 2008, haben wir die Crew gegründet. Waren damals nur zu dritt, dann waren wir zu 6, dann waren wir zu 12, dann waren wir zu 7 gegen Ende. 2011 haben wir uns dann wieder getrennt und jetzt gibt es eine neue Crew. Und ja, da sind wir. Hi. Was mögen wir? Ganz klar, Red Bull. Trinken aber schwarze Dose. Wohl eher rote Dose. Haben wir eine WhatsApp-Gruppe? Ja. Was macht uns die Exident Crew eigentlich aus? Gruppenintern. Die Exident Crew ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so nur eine Tanzgruppe oder eine Crew, sondern es ist mehr so ein bisschen so wie so eine Familie für uns geworden. Und wir haben auch viele Jüngere mittlerweile dabei und wir passen halt alle so ein bisschen aufeinander auf und schauen, dass keiner auf die schiefe Bahn gerät. Und das ist eigentlich das, was uns wirklich ausmacht. Ganz klarer Lieblings-Breakbeat. DJ Pablo. B-Boys War. Womit filmen wir unsere Videos? Wir filmen unsere Videos mit einer Canon 550D. Manchmal, aber auch nur manchmal, machen wir komische Sachen auf dem Boden und in der Luft. Bergflit. Wir machen nicht den Boden sauber. Wir waren früher auf MyVideo, haben da angefangen auch mit Leuten wie Flying Uwe oder so. Der war auch am Anfang auf MyVideo. Und dann haben wir auf YouTube gewechselt. Dann wurden wir angefangen, ob wir YouTube Partner werden wollten. 2011 haben wir uns dann getrennt mit der Crew und haben den YouTube-Channel wieder gelöscht. Beziehungsweise ich hab den gelöscht, weil ich war ein bisschen abgefuckt auf die Crew und alles. Und jetzt haben wir einen neuen YouTube-Channel und da sind wir jetzt gerade drauf. Und da seht ihr gerade das Video zu. Läuft. Läuft. Ja, das war unser kurzes Faktenvideo über die Excellent Crew. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.